Hallo zusammen, 59. Challenge heute. Dazu wollen wir Neymar-Wände und Zone-Drehen Kappen in allen Variationen machen. Dazu brauchen wir hier einfach nur einen Raum, wir brauchen keine Wanden dazu. Wir starten hier auf der Seite. Der Gegner kommt praktisch hier, wenn ich auf der Seite bin, von vorne hier. Wenn ich auf der anderen Seite bin, kommt er dann von vorne. Ich locke den Gegner immer in eine Richtung und drehe mich dann überraschend in die andere Richtung weg. Und hier locke ich den Gegner dorthin und gehe dann auch wieder in die andere Richtung. Dazu wollen wir, wir starten. Sohle, drehen, schön kappen. Dann machen wir die Neymar-Wände. Geht es nach vorne. Sohle-Wände links, sohle, Schuss-Wände und dann wird es wieder nach vorne gehen und wir legen wieder von vorne los. Viel Spaß!